Kannst du mal aufhören, mich zu verfolgen? Meine Fresse. Okay. Es sieht sehr, sehr schlecht für uns aus. Ha! Nein! Scheiße! Blöd gelaufen! Ha! Mein Gott! Kann man nicht ändern. Ah! Ich bin gerade ein bisschen abgefragt einfach, weil mein PC so nervt. Das hätte so schön sein können. In den ersten Aufnahmen hat er es einfach auch nicht gemacht. Und jetzt? Ich musste schon fast eine Viertelstunde warten, bis ich die Aufnahme überhaupt beginnen kann. Weil mein PC meinte einfach rumzublasen und zu pusten. Und jetzt einfach, wenn ich hier so schön Splatoon spiele, meint er, ich störe jetzt mal die Dani beim Aufnehmen und blase hier mal ein bisschen rum. Ich mein, kann man ja mal machen, ne? Nein, so nicht. Noch nicht. Nein, nein, nein. So. Warum kann ich das nicht auslösen? Oh, das hätte jetzt eigentlich voll toll werden können. Nein, ist es aber nicht. Oh, ist das furchtbar. Das ist so fucking furchtbar. Stopp! Boah, dich hab ich so geil mitgenommen. Oh mein Gott. Bin ich gut. Ich bin so gut. Nein. Oh, ich hätte es anders lösen können. Aber ich bin so blöd dazu. Oh, ich, ich, ich. Keine Ahnung. Ich bin voll verrückt. Und weiß nicht, was ich hier tun soll. Hau ab. Hau ab. Ich sag's dir. Hau einfach ab. Oh mein Gott. Also, die ersten zwei Siege waren, glaube ich, einfach nur Glück. Weil das andere Team scheint halt jetzt wirklich wieder zu gewinnen. Und einfach mega krass. Sie sind halt voll wild. Okay, wir haben verloren, wie immer. Hm, schade. Blöd gelaufen. Oha, die haben uns ganz schön gefickt. Darf man das hier eigentlich auf YouTube sagen? Egal. Oh mein Gott. Lea Position. Was soll das? Warum? Hey, Lea ist sogar Stufe 7. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Gut, dann bin ich wenigstens hier nicht die Schlechteste. Okay, jetzt machen wir noch einmal Revierkampf. Und dann, glaube ich, sollte das reichen. Dann hätte ich... Drei Parts vielleicht. Oder? Kann ich zählen? Ja, ich kann zählen. Nein, ich hätte nur zwei Parts. Nein, drei. Ich hätte sogar drei. Super. Okay. Loopsition, Alina. Wir machen die jetzt fertig, bitte. Und wir warten. Lass mich raten. Position wird wieder die letzte sein. Und Lea ist einfach weg. Wow. Toll. Super. Okay. Ihr seid gefickt. Ich sag's euch. Hm. Das wird lustig. Das wird sowas von lustig. Drei gegen zwei. Sehr unfair, aber... Mir gefällt's. Mir gefällt's. So, das wird jetzt die letzte Runde sein. So, das wird jetzt die letzte Runde sein. Egal, wie sie ausfällt. Und... Mal sehen. Also, wenn die jetzt uns fertig machen, dann wäre das schon ein bisschen peinlich. Oh, wir sind Neon-Gelb-Grün. Man weiß es nicht. Okay. Es ist Revee-Kampf, ne? Okay. Super. Wir machen euch fertig. Und diesmal wirklich. Hoffe ich. Platsch. Wenn das hier schon keiner einfärbt, dann mach ich das. Ist ja ganz chillig, ne? Wenn mich hier so keiner verfolgt. So, ein bisschen aufladen. So. Ich glaub, diese Runde wird sehr chillig. Hoffe ich. So. Oh Gott. Was macht die blaue Farbe denn jetzt schon hier? Ich glaub, diese Runde wird doch nicht so chillig. Nee. Als ob du so gut bist. Okay. Ich join mal Loopsition. Hallo. Ich bin hier. Ich weiß, du hast lange auf mich gewartet. Aber ich bin hier. Wie kommt das... Nee, so nicht. Nicht. Nein, nein, nein. So. Nee, mich erwischst du nicht. So, dann mach ich das hier hinten, weil das ist hier schon... Oh. Ha! Nein! Oh Gott! Oh mein Gott, war das knapp! Hallo, Alina! Hallo, Alina! Ah, tschüss, Alina! Sophie ist voll wie Gang-Profi einfach. War das deutsch? Hat das Sinn ergeben? Man weiß es nicht. Scheiße, Alina! Die machen uns wirklich fertig. Kann doch nicht so angehen hier. Nein, 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 nein. Ich verstecke mich hier. Ich habe leider gerade ein bisschen Angst. Nein! Oh, bin ich gut, Alter! Oh mein Gott! Damit hätte ich jetzt so null gerechnet. Wo kommst du eigentlich überhaupt her? Ja, Alina, schick mal deine Waffen hier los. So. Und hier ist noch blau. Komm, ich trau mich jetzt einfach und geh hier hoch zu. Was macht sie hier? Sie ist eigentlich gar nicht mehr da. Nein! Oh mein Gott! Gegenseitiger Kill. Gut so. Ja, es sieht ein bisschen gut, aber auch ein bisschen schlecht für uns aus. Ich join mal in Obstition und hoffe, dass ich jetzt mal nicht gekillt werde. Gleich in Angriff gehen und los! Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Oh, scheiße. Hätte ja klappen können. Okay. Oh mein Gott, es sieht sogar gut für uns aus. Ich weiß nicht. Oh mein Gott. Hier, ich mache noch ein bisschen Tinte. Ich weiß, das bringt nichts, aber... Nein! Okay, jetzt haben wir verkackt. Oh, scheiße. Dieses letzte Ding hat uns einfach... Oh nein! Wir haben sogar gewonnen. Oh Gott, es kam unerwartet. Vielen Dank an Alina und Obstition. Ihr seid großartig und die anderen natürlich auch. Und damit würde ich sagen, war es das für die Parts, die ich hier aufgenommen habe. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Gebt mir einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und wie gesagt, meine Online-Idee von Nintendo ist unten in der Beschreibung, falls ihr mal mitspielen wollt. Und ich verabschiede mich hiermit und sage Bye-Bye! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.